Leg mich am Arsch, ey. Ich stehe hier und singe, da kommt die fette Inge mit ihrem schwulen Pudel, der beißt mir in die Nudel, komm mach du, beiß zu. Oho. Servus, moin und hallo, mein Name ist Shane von DOS Games, willkommen zurück zu Minecraft Je Garde, mit den guten Chibis und den Kevins, hallöchen ihr zwei. Wir haben es tatsächlich geschafft, Kevin hat sich in der letzten Folge glorreich aus dieser geilen Falle hier zerbackt. Ich bin übrigens noch im Game Mode, ich bin kein Hacker, keine Sorge. So, ähm, ja, dementsprechend haben wir überlebt, mein wunderschönes Haus steht genauso wie auch eure Hütten. Bei Chibi war ich noch nicht drin, müssten wir vielleicht gleich mal gucken, äh, allerdings sollten wir vielleicht vorher erst einmal die Blöcke öffnen, in der Hoffnung, dass wir das Ganze irgendwie überleben. Was denn? Ich bin so verpeilt heute, warte mal, ich muss, äh, den... Kevin hat sich erstmal Minus-Achtiger geholt, jaja. Gut, äh, läuft bei dir. Läuft, läuft, läuft bei dir. Ich stelle meinen schon mal auf, den Nuller-Block, ja? Hm, ich auch. Dann bin ich echt mal gespannt. Habt ihr Blöcke im Inventor? Ja. Okay, in 3, 2, 1, go, ich lebe. Ich hab, ich hab... Jungs, ich hab, äh, gute Bücher bekommen hier übrigens, Fire Protection, Flamebogen und alles Mögliche hier. Äh, ist schon mal ganz nice. Ich hab in der letzten Folge übrigens dann, äh, den Joker-Block bekommen, ja, den hab ich schon mal hier. Evil-Pochen, die werfen wir mal da runter. Kümmern, äh, werd ich jetzt erst einmal für euch die wundervolle, die glorreiche Challenge-Team. Achtung, fertig, lautet erneut, fahr mit 10 Ender-Pan, ich glaub, ich mach mal ne neue, ne? Ja. Die ist, äh, lustigerweise noch drin gewesen, das macht ja keinen Sinn. So, jetzt aber, Achtung, finde Zuckerrohr. Tschüss. Ich starte die Aufnahme in 3, wo 1 Challenge läuft. Ihr seid schon weg, das ist ziemlich dreist. Ja, natürlich. Ich muss das Challenge-Ding noch raus, Mann. Freie Bombe mit Marschipan. Ähm. Ich will mal weg, ne? Nice, ja, macht's gut. Solange ihr alle wieder zurückfindet. Als ob ihr alle schon Zuckerrohr, oder wisst, wo das ist? Nee. Okay, ich wollt schon sagen. Nee, eigentlich nicht, aber ich glaub einfach rum. Wollt schon sagen. Ja, Zuckerrohr ist halt schon wichtig fürs Verzaubern. Ja, ja. Ja, also so ein bisschen Verzauberung brauchen wir auf alle Fälle. Ja, ja. Ich weiß, wer die Challenge gewinnt. Nicht du. Nicht ich? Nein. Selbst wenn du jetzt vor Zuckerrohr stehst, geh da weg. Lass die Finger davon. Ja, ja, gut, mach ich. Alles klar. Werde ich, glaub ich, nicht zu. Ich hab zwei Zuckerrohr gefunden. Nein, dein Ernst? Na. Echt jetzt? Ich hab's jetzt im Inventar. Ja, ich hab schon zwei gehabt. Irgendwann da. Ja, geht's, Mann. Oh, ich, das war echt scheiße. Ey, das ist nur, weil ich, ja komm, nur weil ich so spät loslaufen konnte. Aber schön, dann haben wir jetzt mal eine Folge, theoretisch in Ruhe, genug Zeit, uns was aufzubauen, dass wir uns in der nächsten Folge dann wieder zerbomben. Ja, das ist gut. Das stimmt, wo. Ja, in der nächsten Folge, das heißt, sobald wir zwei, ne, Chibi, wir zwei, ne, müssen ja nachher dann, wir zwei so. Wir haben nachher noch so ein Bild. Den, guck. Ja. Ja, ich glaub dir das. Ich hab auch drei. Guck, ich darf. Wir müssen nämlich gleich da Blöcke öffnen. G, G. Das kann mir was werden, doch. Ich mach mal eine Kiste. Ne, Kevin, weißt du was, dafür kriegst du auch noch den wunderschönen Joker-Block hier. Den kannst du dir gerne öffnen. Du bist ein Arsch, du. Aber warte damit, bis das Chibi wieder da ist. Ich bin schon wieder da. Ich bin mal in der Hobbitüle. Warte, ich komm zu euch rüber. Damit der was zu gucken hat hier. Ich nutze mir die Kiste gleich mit. Ja. Hau mal die ganzen Bücher hier rein. TNT-Worfen. Leder haben wir auch schon. Ja, krass, warte mal. Äh, ich glaube, den Eimer nehme ich mal mit. Hast du den gerade hingestellt, den Lucky Block, ja, ne? Ja, ja. Für den guten Kevin. Feuer! Mein Geschenk an, äh, den Sieger des Tages oder so. Eier, sagst du! Eier, wir brauchen Eier! Eier! Achso, hast du, bist du soweit? Warte, ich muss mir noch Blöcke holen. Ja, besser ist, Kollege, hast du dann. Besser ist. Wir brauchen nachher Eisen, dann können wir da hinten das Dia-Zeugs abbauen, ne? Wenn ich mal irgendwas hier... Essens-Technisch? Doch, ich hab was. In die Facecam gucken bei mir in der Folge. Hier, hier, dein Finger! Dankeschön. Ja, ja, komm. So. Was machst du mit seinem Finger? Leuer Heroes Potion, oder? Ja! So, drei gegen, äh, also wirklich. Ähm, vielleicht sollten wir uns so ein bisschen aufteilen. Wo einer, der Richtung Eisen suchen geht, einer, der sich irgendwie um Essen kümmert, Schweine oder irgendwas anderes. Wobei, Schweine ist doof. Ja, ich kann ja den Gärtner machen wieder. Ja, kümmerst du dich um, äh, bisschen Essen? Ja. Okay, so Schafe oder so ein Gehege oder irgendwie sowas? Ja, mach ich. Okay, dann würde ich schon mal nach unten gehen. Und, äh, warte mal, Zuckerrohr ist mit hier drin, ne? Warum Gehege? Wir sterben sowieso. Dieser Optimismus! Ja, ist echt so, ey. Lob ich mir so. Oh, warte, ich, ah, hier ist sie hier unten, ne? Hier ist ja schon Eisen, ja, krass. Ja, nice, ja. Moment, hatte ich das nicht sogar freigebuddet gehabt? Oh, hier hinten sind doch voll viele Schweine, guck mal. Ja, Schweine kannst du aber nicht vermehren, weil wir keine Karottjes haben. Ah, das ist so. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen dumm, weißt? Ja, weiß ich. Kennst du diese Dumm, diese Dumm, diese eine? Ne, diese Dumm, Dumm, dumm kenne ich nicht. Ja, Dumm, die Dumm, Dumm. Ich kenne Dumm, Dumm. Achso, ne, macht Sinn. Ja, krass, ey, jetzt, das, das ging ja flott. Ich hätte nicht erwartet, dass man so schnell Zuckerrohr findet. Ja, siehste mal, ne? Ja. Wer ist der Beste? Wer ist der Beste? Ich. Der Gärtner. Es ist immer der Gärtner. PvP-Skiller. X, X, PvP-Skiller. Achso, ich möchte mich übrigens offiziell, Chibi, ja, ich hoffe, du nimmst mir das echt nicht allzu böse. Oh, oh. Ähm. Jetzt kommt wieder irgendwas. Ja, ich hab den Wollblock gesetzt, hast ja recht. Ja, ha, 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 ha. Könnten wir eventuell schlafen gehen? Ja, ja, warte, ich bin oben. Du Lümmel, du. Ja, aber komm, ey, ganz im Ernst, wer stirbt denn auch an dem scheiß Wollblock? Ich sterbe an dem verdammten scheißaggressiven Wollblock. Ich bin der Däck. Doch, ich liege auf jeden Fall schon. Nice. Nette Unterhaltung im Chat, es ist gut, dass man die Hälfte nicht sieht. Naja, ne? Ich hab's gar nicht gesehen jetzt gerade, aber ich kann ja mal lesen, Leute. Achso. Schilde neu hier, geh weg, grenzt du sie zu. Boah. Boah. Alter. So, falls jemand ein Eisen hat, wäre ich sehr dankbar, wenn ich vielleicht eins bekommen würde. Ich möchte mir gerne ein Schild basteln, weil wir sind ja in der Minecraft 1.10, das heißt es gibt Schilde. Achso, ja pass auf, ich habe jetzt sechs Eisen. Drei davon würde ich nutzen. Ich hau das mal alles in den Ofen gerade. Mit einem Welthappy. Drei davon würde ich nutzen, dann würde ich mir gleich eine Eisenspitzhacke machen und die aus hier saven, weißt du? Oh mein Gott. Heute ein bisschen dunkler in meinem Facecamp. Dunkler. Aber ich finde das schön, wenn es dunkel ist. Okay, du kannst dir gerne abholen kommen aus dem Ofen dann. Jupp. Dankeschön. Einfach nur so ein bisschen mehr Protection für mich, dass ich vielleicht mal ein bisschen länger lebe. Ja, hast du ja recht. Hast du ja recht. Ja. Wäre vielleicht sinnvoll. Wäre vielleicht sinnvoll. Wenn Shane diesen Wallblock nicht gesetzt hätte, wäre es jetzt noch ein Problem. Ey komm, was denn passiert? Ja. Alles Shane schuld. Alles. Also, ne. Doch. Ne. Wahrscheinlich auch dieser dezente Betrüger aus The Walking Dead. Ja. Warte, ich kann dir auch eins zuschmeißen. Ne, warte mal kurz. Das macht es auch nicht besser. Dankeschön. Ich seid Ärsche, wisst ihr das. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja wahrscheinlich. Ja. Ja. So, ich hab Diablog. Ui. Wie nennt man den nochmal? Hip. Hip, ne? Da. Ja, ja. Hip. Was mit Hip? Achso. Ja, ja. Dafür steh ich mit meinem Namen. So, es brennt noch ein bisschen Fleisch. So, es brennt noch ein bisschen Fleisch. Mit Alete verwechselt's hier von wegen Alete scheiß dat Kind. So. Ich dachte Almette gibt's ja auch noch. Es ist frische im Fässchen mit Almette, Almette. Was? Geschmack ist im Fässchen, Frischkäse im Fass. Legt mich am Arsch ey. Legt mich am Arsch ey. Ich stehe hier und singe, da kommt die fette Inge mit ihrem schwulen Pudel. Der beißt mir in die Nudeln, komm mach du beiß zu. Gab's doch auch. Oh Gott. Ja, es gibt so viel Quatsch da, ne? Ja. Wir haben früher, in der Schule haben wir das ernsthaft gespielt, Werbe-Jingle-Raten. Echt jetzt? Ja. Immer der Reihe nach immer irgendeiner den nächsten gebracht und so. Und dann immer, ja von welcher Werbung war das, äh, welche Firma? Wer kann denn eine Maple Loop-Song? Ich kenn doch, ich hab einen Schnabelbecher, Schnabelbecher, Schnabelbecher. Ja, ich bin ja grad, ich guck ja grad hundehalb Mähne. Achso, echt? Ah. Haben alle schon gesehen. Ne, noch nicht alle. Ja, außer die, ja gut, bis auf die neun da, die ganzen mit, mit hier, ne? Ja, ja. Ich find den sogar viel besser als den, äh. Was? Doch. Never. Steinigt ihn. Wo bist du? Ich werf dir ein Eier im Kopf. Ja, ist okay. Aber ich, bis jetzt, also bis jetzt. Es kann sein, dass ich die nächsten Folgen scheiße finden werde. Ja. Aber bis jetzt find ich die eigentlich ganz okay. Oh. Allein schon, dass ich gehört hab, dass, dass das, äh, hier Charlie nicht mehr mit dabei ist, war für mich die Serie schon gestorben. Ja. Keiner kann Charlie ersetzen. Ja, aber ich mein... Nein, das geht auch nicht. Aber ich fand's... Da, da sitzt ja auch ein Wollblock vor mir. Das... Mohohoho, der Wollblockkiller. Aber Schäne, ne? Aber ich... Keine Ahnung. Sorry. Also... Okay, ja. Sorry ist das Mindeste. Hallo? Ja, ist egal. Steige ich mich. Nein, aber irgendwie macht er doch die voll... Also er macht die Serie doch voll aus, oder nicht? Dieser Typ, der einfach so ist, wie er ist. Klar. Und ich find diesen Charakter einfach von, äh, Dings, den find ich einfach irgendwo schrecklich. Ja. Zu hin. Oh, oh. Ich sterbe. Nein. LOL. Haha. Weg, 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 weg. Nein. Träne, ne? Oh Gott. Wo bist du? Alles cool. Eimer mit Profis, ey. Nur am sterben die Leute hier. Also ich hab auf jeden Fall 13 Eisen gefunden, ne? Ja, ich war auf Hälfte Leben runter. 13 Eisen? Ich hab nochmal 12 mit. Okay, perfekt. Dann können wir schon mal so ein bisschen Rüstungsteile machen. Ich glaub für jeden, so ne Brust ist drin, ne? Ja, das wär schon mal gut. LOL. Warum setzt du hier so einen Notblock? Ja. Weil du mir einen Wollblock da hingesetzt hast. So. Und dem bin ich jetzt fast gestorben. Ja, Pech gehabt. Achso. Maple lecker. Haha. Haha. Ne, ich fand den Schallicin auch nicht schlecht. Also muss ich jetzt echt mal sagen, weil... Aber ich... Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Egal. Ne. Ne. Ich kann jetzt so viele Ausreden, so wie ich will, aber... Ja. Genau. Exakt. Korrektamente. Ich werde nicht... Ja. So, ich bin mal so frei. Okay. Kevin. Die gönne ich dir mal. Oh. Chibi hatte schon mal ein Schild, ne? Ja. Ey, gönnt mir. Ey, gönnt mir. Ey, gönnt mir. Ey, gönnt mir. Alter. Tene gönnt mir. Ja, ja. Komm. Ist gut jetzt. Gönnung pur, ey. Ähm. Chibi, hast du Kühe schon in so einem Gehege oder sowas? Ne. Nee. Weil hier ist so eins, zwei Kuhs. Eins, zwei Kuhs. Ja, die könnte man ja eher vermehren als die Schweine, weißt du? Ja, die Schweine haben... Die hat noch Leder dazu. Ja, eben. Ja, eben. Weil hier kein Karotje ist. Ja, dann können wir die alle wegrecken. Getötend. Ich hole mir jetzt ein bisschen Holz, mache ein Gehege und dann gucken wir mal, was wir da alles eingefangen kriegen. Gut, gut. Aber ich habe schon mal Felder angebaut. Nice. Wenn ihr Knochen habt für Bonemeal, sagt Bescheid. Knochen? Ich spazier unten. So. Ist da unten eine Höhle, wo du warst, oder was? Ja, geh da bitte nicht hin, Kevin. Da ist Creeper-Kuh und Kage und... Hallo Creeper! Ich will sterben! Nein! Eine Creeper-Kuh-Kacke? Ja. Eine Creeper-Kuh-Kacke. Was soll das denn bedeuten? Eine Creeper-Kuh-Kacke? Ja, Mann! Creeper-Kuh-Kacke! Kake? Kake! Bukako! Nein! Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ich habe erst überlegt, irgendwie einen Witz jetzt damit einzubauen. Von wegen... Wie nennt man das, wenn noch ein Gespenst dabei ist? Bukake? Aber ist egal. Aber ich bin da wieder so... Pervers! Ja! Pervers! Genau! Pervers, ey! Pervers! Pervers! Pervers, irgendwie! Ja! Pervers! 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 Ernsthaft? Ja, so in der Richtung. Bisschen anders. Also mach aus Pervers mal nen Polen. Pervers! Pervers! Perversạchk! Energetrick! Und ich sag Poverse, Alter, was das denn? So, so hieß er tatsächlich! Ei, 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 ei ei, ei! Hier ist schon wieder was los. Da auch noch Po-Werf, ey! Po-Werf, ey! Schön wär's, Po-Werf! Was? Einen schönen Po-Werf? Ja! Ach, das Leben wäre so einfach, mit einem schönen Po-Werf! Das ist jetzt aber kontroprovers, ne? Ja, finde ich aber auch Alter, Leute Das ist ja unterirdischer Content, den wir hier gerade bieten Nee, eigentlich ist das High-End Scheiße Ja, High-End-Scheiße, das stimmt Wer kennt denn für mich High-End-Scheiße? Achso Ein unterirdischer Po Bis unter die Gürtellinie, oder was sagst du? Ja, natürlich Alter Wenn der sich dann, auf welche Art und Weise, das mag man sich jetzt gerne in seinem Kopfkino ausmalen, voranfrisst unter der Erde Dann ist es ein Maulto Alter Was, ein was? Ein Maulto Irgendwann ist gut, oder? So, Chibi Ja, das ist für ein Arsch hier, was denn? Ja, ich bin hier beim Holz holen Dann komm mal ran auf den Meter 20 Geht schon los mit den Blöcken? Nö, aber ich hab was Schönes für dich Hier, mögest du überleben Yes Danke Bitte, 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 danke, tschüss Also, wer sich fragt, warum ich heute ein bisschen leiser bin Ich bin ein bisschen erkennbar, ich hab Halsschmerzen Gute Bestung Und liebe Guri Übrigens, was mir gerade an dieser Stelle einfällt Wenn wir jetzt mal kurz, ähm, vorausdenken, wann diese Folge erscheinen wird Nachträgliches, nachträgliches frohes Fest an alle da draußen Oh ja, ist der schon durch, ey Ah jo Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag Ich hab Geburtstag What? Ja, ich hab am zweiten Weihnachtsfeiertag Geburtstag Okay Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, lieber Shane Happy Birthday to you Happy Birthday to you Ne, echt nicht Ne, danke Ich geh mal ein paar Schweine töten Ja, fang mit mir an Achso Oink, oink Los, Baby, groß für mich Warte, warte Nein Schimm mal Oh, lol Ähm, warte Du kannst mich doch nur töten Haha Verbrennst du das Zeugs, ne? Ne, dann normalerweise kommt da ein gebratenes Ding raus Ja, aber wenn du die Lava so lange lässt Lass mal isst, ist scheißegal, wir haben Dings Ich brauch auf jeden Fall was zu essen jetzt gleich Ja, ist okay Ja, ist okay Ich würd's mit dem Feuerzeug auch eher machen, denk ich Ja, ist okay Ja, ist okay, ja, ich weiß Ja, ich weiß So, jetzt bin ich zu alt, ja? Wie aggressiv Kevin schon wieder ist Ja, wenn er schlecht drauf ist, dann wird er aggro Oder wenn er krank wird Ich komme mal Hallo, Hilfe Was machst du? Wo bist du? Okay, ich lebe noch Alter Ich kann nicht mehr sprinten Mich hat ein Skelett abgeschossen Ja, sag mir nicht, du warst in der Höhle unten Doch Ja, danke fürs Zuhören Der hat einen verzauberten Bogen, Kollege Ich mach das, was ich will, Alter Was los, Digga, Arme Geht wieder los Arme nach ruhig Kann ja wohl nicht wahr sein Adelan Adelan, Peter Pan Ja, so ungefähr Adelan, Peter Pan So, wir sind übrigens zeitlich jetzt am Ende angekommen Das heißt, vielleicht sollten wir mal zusammenkommen jetzt so langsam und noch die Blöcke holen Ich würde fast vorschlagen, wir gehen nochmal pennen Gott wie Deckel Ja, ich muss mir nur ganz Ach komm, wir gehen erst pennen Kann jeder pennen jetzt direkt? Instant? Moment Direkt nicht Ich muss nur ein Nee Aber ich komme jetzt angelaufen Ja, dann esse ich vorher noch was Ich habe nämlich Hunger Ich schlaufe Ich bin im Bett Ja, ich nicht Ich hock da vor und futter Ich komme Essen vor dem Schlafen gehen ist nicht gut Essen vor dem Schlafen gehen ist nicht gut Ich schliege auch Ja, das stimmt Da liegen wir jetzt alle Alles klar So, Chibi Ja Jetzt wird es ernst, ne? Ich eile Kevin, kannst du mal bitte mit den Dias, die wir haben, eine Diaspitzhacke machen? Ja, okay Ja, für den Fall das, ne? Ja, dann könnte mal einer das mit einer Spitzhacke abbauen Hab ich doch schon Der Block ist eben Dings Achso Jetzt brauchst du ja nur ins Inventar setzen Warte, Chibi, einmal für dich Eins, zwei und drei Oder hattest du schon? Nee Gut Hat der Schenefax wieder mitgedenkt hier Ach, da stimmt Wir brauchen gar keine Diesmal hat der gute Kevin gewonnen Warte, warte mal So, hast du einen leeren Eimer im Inventar? Ja Perfekt Perfekt Kevin fummelt noch Ich glaube, wir gehen schon mal hinten hin Komm Scheiße Kevin hat für die nächste Folge Oh, warte mal, warte mal, warte mal Ich mach mal kurz zurück Oh, warte, ich auch Ich hab gar nicht mehr Platz Wir brauchen einen Namen für unser erstes Tierchen hier Warum? Wilfried Weil ich's ausm Ei schlüpfen lass Äh, 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 was ist das für ein Tier? Ein, ich glaub, ein Mosch, Mushroom-Kuh Mushroom-Kuh Wilfried Lol, bau die ein Easy, GG, nie wieder essen Hallo, Wilfried Ja, nee Wilfried Bitte Bitte? Hab ich jetzt keinen Platz? Warte mal, ich muss hier erstmal Werden, klar Oh, darf ich mal deine Wohnung sehen? Ja, geh mal rein In meine Hobbit-Höne Aha Aha Ja, da hat er eine Hobbit-Höhle hat er da Oh, ganz der feine Herr Ah, nein, der Bläck ist noch So, jetzt geht's wirklich an den Kragen Hast du mir schon die Blöckchens gegeben, ne? Ja doch, ich hab dir die eben zugeschmissen Hast du die nicht aufgesammelt? Ich hab keine gesehen Lol Hier liegen keine Lol Dann hol ihn mir fix Kevin, hast du die aufgesammelt? Nein Holst du die jetzt schnell selber, oder was? Ja, mach ich Okay Gut Boy So, Kevin, du hast auf jeden Fall einen wunderschönen Jöcker für die nächste Folge Ja Also, ihr werdet sowieso sterben jetzt am Morgen Kibi und Schenefax müssen jetzt erstmal Blöck jetzt öffnen Und biete, biete, biete überleben, das wär voll nice, ey Was schubst du mich hier, du dummes Schaf Du dummes Schaf, Till So, der Nuller und dann der, ja genau So, der 80er vor der Nuller Und dann Dann, äh, einmal noch schnell hin Und spitzack da so hin Okay, ich glaub, ich bin ready for sterben Ready for sterben? Ready for sterben Okay Den, äh, plus 80er zuerst, Kibi Jo Konnichiwa und so in 3, 2, 1, tschüss Lol, ich lebe Mama Ist da was, ist da was, ist da was, ist da was, ist da was Nein, alles gut Achso Aber weißt du was Ihr müsst jetzt laufen Lauft weg von diesem Scheißblock Lauft einfach weg Yes Yes Tauber Okay, perfekter Ich finde es ja toll, dass wir diese, äh, Blöcke in der Nähe von meiner Hobbit-Höhle öffnen, ja Das heißt, wenn ich irgendwann mal ein Cabrio jetzt dann in meinem Haus hab, dann ist alles gut Ja Der Nuller So, Null, Null Nummer auf 3 2, 1 Ich lebe Yes Ja, irgendwie du auch Der Fug Okay Prismarine Ja, brauchen wir nicht Und all so'n Scheiß Jetzt kommt der Minusblock, ja Ja Okay, Kibi, pass auf Wir öffnen ihn und du läufst nach hinten weg, ich lauf nach hinten weg Und Blöcke in der, äh, genau Blöcke, Blöcke in die Hand nehmen Und ansonsten zum Wasser einmal, ja Jop Start klar Warte Oh Gott Jetzt Ich hab so ne Angst, ne? GG Ey, guck mal, wir sind echt jetzt für zwei Folgen schon hier oder so, also bitte Ja Drei Und da hinten ist Kohle Ja Achso Eins Weg Weg, 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 da ist der Reiter Lol, ich brenne erstmal Ist der krass Oh, ich auch Bei mir ist Wasser, bei mir ist Wasser, bei mir ist Wasser Lebst du? Ja Ich lebe noch Okay, den Typen, den lassen wir, glaub ich, erst immer da schwirren Ich weiß nicht, der stirbt von alleine nicht, weil der Rüstung hat, ne? Oh, ich hab jetzt aber ein Bohm Aber wir haben überlebt Komm, wir gehen jetzt allesamt Ich hab ein Nachro Allesamt, äh, irgendwie verstecken wir uns, ja? In meine Hütte Ja, ich bin jetzt, ja, irgendwo, Hauptsache der Typ, äh, kriegt uns nicht Jetzt haben wir kein Problem Ja toll, schön, dass er über meine Hütte rumkreist Ja GG Scheißendreck Aber scheißegal, wir haben überlebt, das ist die Hauptsache Hi Und dementsprechend sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Hallo, Kevin Hi Wenn es wieder heißt, Minikraft, je gerne Hashtag MC Joker 2 mit dem guten Tourette LP, aka der echte Kevin Und dem guten Chibi-Dexter, aka Chibi-Dexter Hier, bescheuert, Alter Bescheuert, Alter, jawoll Also macht's gut, bis dahin und, äh, peace Tschüss Tschüss